Hallo und herzlich willkommen heute zu diesem Gameplay-Video von der Sharnhorst, also immer noch so eine Preview-Gameplay, wie man sagen kann. Zwar von mir selbst, so viele gibt es ja nicht, die ich hier als Replay nehmen kann. Und für alle, die dem Stream damals zugesehen haben, die kennen die Runde schon, weil die ist mir im Stream selber geglückt. Muss sagen, vom Schaden her vielleicht auch immer noch nicht die allerhöchste Runde, zeigt aber trotzdem eine ganz coole Runde. Und dementsprechend hoffe ich, dass das Ganze hier auf Gegenliebe stoßen wird. Man sieht, ich bin hier mit der Sharnhorst Top Tier, 7er, 6er, 5er Gefecht. Das ist natürlich ideal und macht gleich ein bisschen mehr Spaß. Und jetzt will ich hier meinem Team auf der 8er, 9er Linie so ein bisschen Support geben. Und reinfahren tue ich da in diese Gasse eher ungern, weil gerade wenn da Torpedos unterwegs sind, muss man sagen, macht das nicht so wirklich viel Spaß. Jetzt hat mich hier die Nürnberg ein bisschen aufs Korn genommen. Und dementsprechend, natürlich musste da auch ein wenig leiden. Hätte man jetzt hier schon direkt mit AP schießen können, hat aber noch HE geladen. Deswegen sieht man jetzt auch, dass ich hier auf AP direkt umlade. Aber auch da 5.280 Schaden und ein Ausfall ist jetzt nicht so ganz schlecht. So, und jetzt kommen wir hier gleich ums Eck. Wir sehen dann da die Nürnberg, aber die wurde schon herausgenommen. Und da vorne jetzt da noch die Königsberg. Die bewegt sich auch ein bisschen in unsere Richtung. Sieht man ganz gut an der Minimap, dass die da gleich ums Eck käme. Und da steht sie auch schon. Die bewegt sich so gar nicht. Hatte ich aber erwartet, deswegen hier dieser satte Schuss, der da richtig gut daneben gegangen ist. Also bewundert euch nicht, das war so nicht ursprünglich geplant, dass ich da so daneben senze. Aber jetzt habe ich es auch gecheckt und merke, okay, die steht da nur. Das heißt, hier wird natürlich dementsprechend gezielt. Ach, ich habe noch so bewusst so ein bisschen nach vorne gezielt, weil ich mir dachte, okay, vielleicht bewegt sie sich doch noch. Hat es aber nicht. Aber der Schaden hier mit 3.600 eher homeopathisch als wirklich zerstörend. So, und jetzt wird hier der Torpedo da wahrscheinlich seine Aufgabe erfüllen. Ich probiere es auch nochmal mit dem Schuss. Man weiß ja nie, sicher ist sicher. Aber in dem Fall hat sie die Königsberg sich geholt. Und da jetzt die Mahan, die da reinkommt, in dem Fall die AP-Motion geladen, aber auch die kann man natürlich draufsetzen, weil 2.200 Schaden ist besser als nix. Die Hatsuharu jetzt gegen die Mahan da in dem Augenblick. Königsberg schießt auch drauf. Und die... So, da nochmal die nächsten. Jetzt habe ich hier auch bewusst so ein bisschen versetzt geschossen. Ich wollte natürlich auch nicht meine Hatsuharu hier zerstören. Torpedos gehen jetzt auch mal da in die Richtung. Dass man da dementsprechend vielleicht noch sowas klar macht. Und jeder, der meine Streams kennt, weiß genau, ich mache jetzt gerade den Alcaramba. Ich habe es einfach nicht so drauf. Wenn ich so einen Gegner sehe, dann achte ich eher auf den, was er macht, als auf meine Umwelt. Ich weiß, da ist Nachholpotenzial. Deswegen setzt es mir nach. Aber naja, ist er mittlerweile ein Insider geworden. So, jetzt lade ich HE, weil ich hatte ehrlicherweise erwartet, dass da die Königsberg sich so ein bisschen mehr und schneller um die Mahan kümmert. Deswegen hatte ich noch lange AP geladen. Aber irgendwann muss man mal einsehen. Ne, das wird so nichts. Deswegen jetzt HE. Aber hier leider nur den Ausfall klar gemacht. Noch nicht die Zerstörung. So, jetzt fahrt die Mahan aber auf Land. So ein bisschen zumindest. Und dementsprechend so ein bisschen versetzte Salbe. Aber das funktioniert dann ganz gut. Gut, da sehe ich jetzt die Nürnberg. Deswegen direkt auf AP geladen. 9,3 Kilometer ist eine sehr schöne Distanz. Man sieht, der Gegner ist hier deutlichst vorne. Hat erst drei Verluste. Wir haben schon sieben, jetzt sogar acht. Also, da muss man sagen, ganz, ganz knapp bisher. Die Nürnberg bekommt hier die Torps ab. Dementsprechend jetzt nur noch 2100 Hitpoints. Und das ist dann da kein Problem, die wegzumachen. Und natürlich klappt dann auch die Zitadelle, wenn man sie eigentlich gar nicht mehr braucht. Ist so der Klassiker. Hat sich aber jetzt hier schnell wieder zum fast Ausgleich geschossen. Also, wir sehen, jetzt sind wir vier gegen fünf. Also, das ging jetzt da rapide gefühlt in beide Richtungen. Entschuldigung, Gegner ist sechs. Also, noch zwei Unterschiede, aber das ist definitiv machbar. Wir skippen ein bisschen, beziehungsweise spulen ein wenig vor. Denn hier passiert gerade nix. So, und da geht jetzt die Panzer Cola auf. Und das ist eine super schöne Distanz natürlich. Deswegen, ich drehe mich schon mal ein, dass ich auch mit dem hinteren Turm draufkomme. So, und da 11.000 Schaden und die Zitadelle. Und man kann natürlich mit der Schadenrost wirklich auf den Gegner aktiv drauf fahren. Gerade wenn, wie hier, die Panzer Cola keine Torpedos hat. Dann kommen die Sekundären zum Einsatz und die Torpedos. Und irgendwann zwingt man den Gegner schon zum Abdrehen. Also, deswegen fahrt lieber drauf, als da jetzt euch nochmal die Breitseite klar zu machen. Da die nächste Zitadelle, 10.000 Schaden und jetzt gehen da auch die Sekundären los. Torpedos werden losgeschickt. Also, jetzt geht alles seinen Weg, was so Weg gehen kann. Jetzt heile ich mich hier. So, keine Zitadelle, aber der Torpedo macht das Ganze klar. Jetzt werde ich drüben von der New York beschossen. Deswegen fahre ich jetzt da auf die New York drauf. Und da ist es jetzt der ähnliche Hintergrund. Ich werde jetzt auf die New York drauf fahren, weil natürlich Schlachtschiff gegen Schlachtschiff im One-on-One. Da hat der, ich würde auch eher sagen, Schlachtkreuzer-Schanos definitiv die besseren Karten. Weil wir natürlich die Torpedos haben, die New York nicht. Und sofern es hier nicht zu einer Ramme-Attacke kommt, kann man das genial gut dann ausspielen. Und das ist jetzt das, was ich hier versuchen will und werde. So, New York kommt mir jetzt da voll entgegen. New York Tier 5 gegen uns Tier 7. Also, da ist es natürlich von der Tierstufe auf unserer Seite. Man muss aber sagen, die New York ist von der Panzerung her ein wenig stärker, beziehungsweise die New York selber ist stärker als so ein Schlachtkreuzer. Deswegen da jetzt mal HE vorne drauf geballert, weil der Winkel natürlich für AP eher mau ist. Und jetzt kommt er genauso, wie ich es brauche. Ich kann hier die Torpedos abfeuern. Perfekt, alle drei finden den Weg ins Ziel und damit 28.000 Schaden. Die Sekundären geben auch noch ein weiterer Gas. Repariert sich hier oder heilt sich hier vielmehr. Sieht man ganz gut. Jetzt haben wir ihn angezündet. So, und jetzt drehe ich ein. Zum einen natürlich, weil ich mich wie der Insel wieder nähern würde, aber auch, weil ich natürlich hier die Torpedos da losfeuern will. Und der Winkel, da kann man einfach gut arbeiten mit den Torpedos. Sieht man, dass der über die gesamte Seite des Schiffs geht. Und hier mit zwei Torpedontreffern wird die dann zerstört. Von den Tickets nähern wir uns langsam jetzt auch endlich mal den Gegner an. Sind zwar immer noch gut hinten, aber ich hole mir jetzt hier den Punkt C. Die anderen Jungs holen sich drüben den Punkt A. Jetzt ist aktuell noch die Texters und die Plischkawitze am Leben. Und jetzt haben wir alle Punkte auf unserer Seite. Das heißt natürlich, die Tickets gehen jetzt ordentlich hoch. Jetzt ist aber auf B schon wieder jemand. Und dementsprechend muss man da hin. Und da sehen wir auch schon, die Plischkawitze ist da offen. Deswegen fahren wir natürlich drauf. Die New York sollte die ja aufdecken. Ich habe jetzt vor, so ein bisschen den Weg abzuschneiden. Sofern sie dann hoffentlich bald wieder aufgeht. Und da ist sie auch schon. Da wird sie jetzt aber direkt gleich gut behakt. Einer trifft sie da und macht auch da ihr ein bisschen zu schaffen mit der Kanone. Natürlich hätte ich gern meinen Kraken geholt. Vier habe ich schon im fünften. Würde die Plischkawitze da darstellen. Und da das Großkaliber wenigstens eingefahren. Und jetzt sehen wir, okay, da ist auch jemand auf C. Also das heißt, da ist jetzt die Texters klar. Deswegen, ich drehe jetzt hier bei. Und hier wird jetzt ein bisschen manövriert. Das ist alles halb so wild. Und da sehen wir wieder die Plischkawitze. Beziehungsweise jetzt ist sie auch schon zerstört. So und jetzt will ich natürlich jetzt, dadurch, dass wir die Punkte wieder verloren haben, will ich mich jetzt mal der Texters kümmern. Und da dachte ich mir, ich fahre hier wieder durch die Mitte. Da hätte ich nämlich das gleiche machen können, wie vorhin auch. Aber die Texters selber wollte nicht so mitspielen. Denn, obwohl ich sie gefragt habe, wo sie ist, und hat geschrieben C, war sie erst mal hier nicht aufzufinden. Und jetzt geht sie dann auch gleich auf. Darauf gibt es noch eine Salve. Allerdings hat die keinen großen Einfluss mehr aufs Spiel gehabt. Und dementsprechend verabschiede ich mich schon mal hier. Wünsche euch weiterhin viel Spaß. Ich hoffe, euch hat dieses Video sehr gut gefallen. Es ist wirklich gut gelaufen. Damage geht immer mehr. Aber ich glaube, man hat wirklich so einen schönen Eindruck bekommen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ekaramba. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.